Ja und somit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Reaktional hier auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns ein weiteres Video zu Assassin's Creed Shadows an. Die Vorschau auf das feudale Japan. Mal schauen was wir hier so sehen, was wir vielleicht in den Trailern nicht gesehen haben. Denn hier wird es wohl eher um die Landschaften gehen. Und ich bin ein grosser Fan von Japan. Ich möchte unbedingt gerne mal dahin gehen. Von daher bin ich gespannt was wir hier sehen werden. Sieht schon mal sehr nice aus. Es sieht halt so vielseitig aus. Und einfach unglaublich schön. Gut, das war es leider schon. Ganz kleiner kurzer Einblick. Es sah wirklich sehr schön aus. Vor allem diese Winterszene hier auch am Anfang. So diese hier. Denn ich liebe Winter. Und das sieht sehr schön aus. Und auch das hier. Boah. Mit diesen Kirschblütenbäumen. Genau. Aber auch das Bild hier. Im Bambuswald. Und dann wieder so ein kräftiges sattes Grün. Und diese Berge. Mega vielfältig sieht das aus. Es wird so gut das Spiel. Es wird so gut. Ich finde zumindest das sieht sehr gut aus. Und ich glaube es wird auch sehr gut. Denn viele Leute haben ja offensichtlich glaube ich dieses Setting gewünscht. Schon lange eigentlich. Und jetzt kommt es endlich in Assassin's Creed zu uns. Sehr nice. Ich freue mich drauf. Und somit vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem ganz kurzen Video nur. Aber trotzdem sehen wir uns bei einem anderen Video wieder mal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.